Jetzt habe ich auch die Druckplatte betätigt. Gut, ziehen wir uns mal hier hin zurück. Dann rasten mal wieder. Das Blöde ist, ich habe nichts, womit ich meine Mana-Regeneration steigern kann. Nach nebenbei. Erfahrungspunkte und so. Da bist du immer noch am weitesten vorne. Aber du kannst mal das Ding an sie abgeben. Ja. Wir kommen voran. Wir kommen nur sehr langsam voran. Vor allem, weil ich ständig Mana regenerieren muss. Also Energy. Gerade hier in dem Bereich, wo ich ständig den Extinguished Zauber brauche. Hm. Hm. Da hinten leuchtet was blau. Das macht doch irre viel Spaß. Wie zum Lösch, merke ich gerade. Blauer Kristall. Ja, äh, bin ich hier gerade auf der Druckplatte? Nein. Wow. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir mal feuersprungende Drachen eingebaut haben. Also da kann ich mich nicht durchhauen. Au. Okay. Mein Menü. Ich habe nämlich meinen letzten Save am blauen Kristall gemacht. Ich sollte mal das Feuerschild in solchen Fällen anwerfen. Oder mich in anderen Gebieten umsehen. Blob? Blob ist jetzt halb so wild. Blob ist jetzt halt. So. So. Äh, irgendwas habe ich hier entdeckt. Äh, irgendwas habe ich hier entdeckt. Oh, viel zu viel Aua. Oh, viel zu viel Aua. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin hier wieder in einem Ancient Temple, in dem ich nichts sein sollte. Und das ist nie gut. Ja. Äh, irgendwas habe ich hier entdeckt. Äh, irgendwas habe ich hier entdeckt. Äh, irgendwas habe ich hier entdeckt. Ach so, da geht's auf die andere Seite. Die Dämonen lieben ihr Feuer so sehr, lass sie für immer brennen. Oh. Oh. Du kannst ja hier durchspucken. Okay. So. Au. Da ist ein Hebel. Dann schalte ich damit die Feuerspucke aus. Ich habe auf jeden Fall schon mal Fire extinguished. Gut. Mhm. So. Zurück habe ich hier auch noch einen Rückzugspunkt. den ich nutzen kann. So. So. Das Geknoche kann ich ruhig dir geben. Okay. Okay. Und dadurch, dass ich hier drauf getreten bin, habe ich hier überall aufgemacht. Aber hier bringt mir das nichts. Nix. Weil ich komme nicht durch das Ding durch. Genau, das tut weh. Irre weh sogar. Okay. 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 So. So. Hier. Auf jeden Fall noch was rumflattern. Ich bin mir bloß noch nicht sicher wo. Da. Au. Da. Au. Hier. Uh... Oh no. Crystal Gym Autsch Die wiegen ja zu dick nicht so viel Ja, das meiste habe ich jetzt gelöscht Das da konnte ich noch nicht löschen So, das heißt Den Block da wegmachen Oh Heido The only thing when we speak of is flames Äh, ja Das haben wir auch schon gemerkt Ja, da höre ich doch Schon wieder viel Zeug Das tat weh Ja, ich höre, dass mich das Viech Also ich weiß, merke, dass mich das Viech tauntet Das verarscht eigentlich schon Das ist nämlich genau dasselbe Viech Was ich gerade hier auf der Seite gesehen hatte Nein, ist es nicht Das wurde ja einfach ges directamente Aber ich, äh, ich höre Das bin ich, äh Das ist ja nicht Und ich höre mal Das bin ich ja nicht Das bin ich ja, dass es eigentlich